Meine Schokolade im Streif Und mit diesen Worten, ein energiegeladener Guten Tag liebe Freunde Ihr habt genau richtig eingesteckt Zu einer neuen Front in Terrorist Town Mit dem Lars und dem Korn Und dem Miju und dem Crusher und dem Zuckerfreak und dem Tobi Und Der Miju ist krank, lass den mal töten Ok Mit mir Ja Miju raus ist Formel 1 Aua Aua Ich verdeckte deine Mutter als Traitor Wer hat wen wegeklappt? Wer hat wen wegeklappt? Klappstuhl Pack das Klappstuhl Pack die Klappstuhl aus Nein, wir haben den Klappstuhl ausgegraben Wer ist zweite Kollege? Was war das denn? Klappstuhl Achso Ich hab ne Nachgeführung Keine Ahnung was für eine Granate war Vielleicht bin ich gleich tot Der nächste der den roten Rauch geht Er sitzt da vom Klo erstellt Miju 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 Was? Hier Blau, Rot, Weiß Blau, Rot, Weiß Blau, Rot, Weiß Genau das sind die Farben von Frankreichs Ja kennst du das? Blau, Rot, Weiß Ja aber Blau, Weiß, Rot Ja Ja, das sind die Farben Wie Schokolade Oh, da ist ne Mindturtel Wo? Wo denn? Ja, musste ich schon sagen, wo jung Ey, ich war Boah, Junge ey, der Typ ist doch unfähig Jetzt kann ich endlich mal über den abhetzen oder das mir jetzt ständig dazwischen Meine Fresse ey Ich hab ne Mindturtel entschärft Ich hab ne Mindturtel entschärft Dann lungen sie da alle im Keller auf Ich hab ne Mindturtel entschärft Ich hab ne Mindturtel entschärft Stick Ah, Quilter Ich bin im Fusen Weil du deine eigene Mindturtel hast Ja Okay, alles klar, warte kurz A, B, C, die Kuh macht Oh Gott Hilfe Hallo, wollen sie was kaufen? Okay Will jemand was kaufen? Ja, ich hätte gern Hallo, wollen sie was kaufen? Ja, ich hätte gern, keine Ahnung Diese Granate zu kaufen Das hab ich schon wieder, danke Okay, das macht dann 9000 Euro Jaa Ich hab über das ungetraut Was ist das mit der Mehrwertsteuer? Oh, bei 9000 Ja, weil sie ja geschäftlich hier shoppen ist das dann Also es gibt ja gar kein Spaß Also daher ist das echt Oh Wie schön Außer sie sprengen sich selbst damit in den Luft, dann ist das kostenlos Oh, ey Mit der schwarzen Saat oder ist das für die Challenge Nach dem eventuellen Tod Ja Ja Okay, Leute, wir sind jetzt zur dritte nach Ja, Crusher Snipes von oben Ich bin Lars und Tobi auf jeden Fall Ich bin Lars und Tobi auf jeden Fall Ich bin Lars Nein Tobi verfolgt mich Tobi verfolgt mich Tobi ist Tracer Tobi ist Tracer Der steckt uns gleich wieder frei Tobi ist Tracer Ja, ich schieße aus Spaß Komm, steck deine Leiche Ah, Michu, 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 Michu Was ist mit ihm? Einfach nur, keine Ahnung was Okay, Michu Und einfach nur steckt uns nicht mal alleine Zocker Ich glaub nicht Zockerfreak Ah, ich bin runtergefallen Haha, good job Ja, Michu ist Traitor Wenn du ihn siehst, dann Tudi Ich hab das denn gesagt Ja, ich bin nicht Traitor Naja, ich hab die ganze Zeit gerade Michu, 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 Michu gehört, also Ja, das war doch nur ein Joke Er hat auch gut Ja, ja, ja Ja, deine Mutter war auch ein Joke Ha Zockerfreak, warum schmeißt du dich eigentlich die ganze Zeit wimbeln rum? Ja, ich glaub ich keine Bananen hab Das gefällt mir nicht, wie du mit meinen Malonen bist Wow Was? Wir waren ja im Sonderangebot Lars verfolgt mich, Lars ist gefährlich Ja Weil du meine Malonen kaputt machst Im Himmel Da ist noch jemand Hier, Michu, unten im Keller Wo? Das? Ne, hab ich jetzt nicht verstanden Ich hab's noch wiederholen bitte Ne, wiederholen bitte Ich hab's nicht verstanden Ich glaub er hat gesagt Das ist ja auch noch mal ganz offen das Ganz schön Ne, du fasst die Daten der gleichen Wo ist der kleine Spur? Wo seid ihr eigentlich? Ne, wir fasst du das nicht Oh, will ich gerade oben gebracht? CHARKE Hey Jungs, wo fasst du dir gerade? Ich bin hin und dir Mach mal nichts, Quatsch alles ja kannst du jetzt ist nichts doch das gelogen also das ich bin wenn du mal erst mal raus bin ich sehe mindestens zwei bevor du mir sagst wer da liegt man es gibt nur noch eine unidentifizierte das stimmt tatsächlich nicht weil wenn du ein trader identifiziert werden ja auch alle aufgedeckt wie er getötet hat aber du hast die leite noch nicht ja jetzt geh noch ein bisschen aus oh gott dann töte ich dich halt mann wollte dass du die leiche identifizierst ich war im keller immer noch das war doch nur eine nur die eine aber eine ist keine und Rainer liebt die tür geht auf und wer kommt rein in der zocker die klopft mir erst mal auf die Rude drauf komm auch noch drauf also ich bin ne tecce ich bin ne tecce das wäre schade gewesen mann du sack Tobi Alter beruhig dich mal willkommen bei Victor uns ihre bestellung bitte was macht Con oh nö wir sind was oh komm willkommen bei Victor uns ihre bestellung bitte ich hab nichts zu bestellen in diesem Fall Alter Tobi schießt auf mich äh wir haben mich hier äh verarscht was war das wir haben hier äh singen singen chicken das hört sich gut an äh was nur mit Rayguns kann man tatsächlich ich sag mir jetzt warte warte ähm kann man mit Rayguns durch Wände schießen nein nein warum kann man es nicht nehmen Servus Meju willkommen mit Victor uns Schieß mal bitte mit der Raygun durch diese Wand hier ich möchte mal ganz kurz gucken ob das stimmt was ich gerade gesagt habe hallo was ist denn hier los ich schieß mal einfach jetzt hier so quer durch äh kann ich auch einen anderen Mitarbeiter lassen ich hab geschossen ich hab geschossen falls ich mit dir und warte hier ist dann hier ist der Trick äh Fenster 2 Schießt die Raygun durch die Wand ne oder? ne Schießt die Raygun durch die Wand äh Lehrer bist du so verletzt ich sag du bist traitor nein leck mich warte 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 mhm Alter Aua jetzt hast du es fallen lassen ne egal ich nein mach mal nicht danke schön Alter Joga ich stehe hier weg ne egal ich bin links gedrückt trink 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 hast du hast du vorhin auch schon auf mich geschossen weil welcher steht nicht er rollt ne er rollt nicht lass uns drauf schicken oh ich hab keine ne ich hab nur den Ass gehen ne 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 einmal gut durchschütteln so ich weiß es immer wie Korn ist Kila oh nein ich bin noch ich bin innocent ja dann seid ihr beide proven oder was ja 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 wir haben beide auf der war's las ich hab erst bestellt das sind beide wir sind beide innocent wir haben ja gewonnen wir sind schicken ich bin der ultimate chicken horse ich bin der ultimate chicken horse ich bin der ultimate chicken horse du der ultimate chicken horse Der 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 was machst du dazu kopf wie ich snipe auf fremde Menschen will irgendjemand einen leeren mellen launcher und nicht treffen will irgendjemand einen leeren mellen launcher haben ja zuckerfüß vielleicht der kann ihn wieder aufnehmen ja Junge Schade, schade, schade. Ist jemand doch mal dort am Granite gestorben? Was? Natürlich nicht. Ich. Das hab ich halt vorhin auch schon mal gesagt. Ein paar Runden. Oh! Quatsch, nein. Ich glaub, ich glaub. I like Turtles. Gegen Keiltag. Gegen Keiltag. Aua. Ich hab Schaden bekommen. Something is great, den Skript gerade dran fängt. Ich bin Trades, aber ich stehe nur so. Die Runde bin ich ströde. Ja, ich auch. Das hat der Kontrolle eingegeben. Das ist normal, wenn die Anzeige unten links die anderen gezeigt wird. Was sieht der ähnlich mit so? Sieht er, wie ich gesagt hab, ich bin Trader. Aber, aber ist gut, ich hab ein rotes Kreuz, aber weiß ich wenigstens welche. Nein, nein, ich hab... Das ist ein rotes Kreuz. Warum hat man als Detektive eigentlich kein blaues Kreuz? Wer hat man doch? Der hat ein grünes. Aber eigentlich ist man doch als Trader lieb, weil man beim roten Kreuz ist, oder? Ohhhh. Die wollen nur das Beste für dich. Aber tatsächlich ist mein Trader ja der Gute, ne? Der tatsächlich gar nicht falsch. Ja, das stimmt tatsächlich. Weil ich weiß, alles sind Terroristen. Ich steckt also, warum bist du verletzt? Weil ich runter gefallen bin. Ja, ja. Warum fällt's denn noch runter? Ich bin Crusher. Ja. Ja. Oh, shit. Okay, jetzt bin ich dran. Was ist denn? Oh Gott, Alter! Bist du behindert? Tockerfreak, hast du gerade was gekauft? Nein, ich hab gesprayt. Ich hab gekauft. What the fuck? Die Pizza. Was ist das? Gib mir die Vorkohli. Loll! Aua! Ich hab dem Loder in den Kopf bekommen. Drei. Wow. Die Minuten hatten drei gemacht. Ne Britische. Ist die aus dem Euro ausgedreht. Die sind aus dem Euro ausgedreht. Der Witz, der war... Das war nicht mal ein Witz eigentlich. Das war einfach nur noch traurig. Ich weiß das. Alle seine Witze gerade. Hä? Alle seine Witze. Was machen Tiere in einem Labor? Ans Analysieren. Oh nein, der war schlecht. Versteh nicht. Versteh nicht. Versteh nicht. Versteh den auch nicht. Was machen... Was machen was? Was machen Tiere im Labor? Analysieren. Ey. Hä? Verstehen wir noch nicht? Verstehen wir noch nicht. Analysieren. Hallo Labor. Do you know the way? Und warum Tiere? Was? Ja, keine Ahnung. Ne, leider nicht. Alles okay. Wenn ihr den Witz verstanden habt, dann schreibt die Erklärung bitte in die Kommentare. Und gebt meinem Video ein Like. In den Kommentaren. Nein. In den Kommentaren. Das wird jetzt mal raus. Schreibt mir drei Kommentare. Danke. Also ich hab schon wieder Abonnenten verloren. Ich hab jetzt nur noch 59. Ich weiss als 60. Ey, das ist doch mehr als... mehr als du vorher hattest. Ja, wow, nein. Ja, wow, nein. Ja, wow. Also die Raidgun, die kannst du behalten. Ich hab einfach die Tür und ich mach die kaputt. Ich mach einfach die Tür und ich mach die kaputt. Ich mach einfach die Tür auf und du machst die kaputt. Was sagst du dazu? Stühle oder Flaschleut. Auf den Stuhl drauf. Oh, sorry. Ich wollte auf den Stuhl erschießen. Sorry. Sorry. Oh, ich hab den Stuhl nicht getroffen. Ah, Crusher schieß, Crusher ist es. Crusher, Crusher, Crusher. Nein, Junge. Crusher. Du bist es. Du hast an mich geschossen. Nein. Crusher, ich hab nur mein Leben. Oh. Crusher ist es. Ich bin es nicht. Wo sind es? Hier war's. Ihre Schüsse. Wo schießt ihr denn jetzt hier immer? Ähm, ähm. Tobi. Weißer, komm ich immer aus meinem Verstecken und dann sterb ich. Wie viel Lauter hattest du, weil? Warum läufst du mit nem leeren Meldenlauscher rum? Jetzt ist der leer. Ist der Meldenlauscher halb leer oder halb? Ja. Ja. Es gibt auch an, ob man optimist oder pessimist. Halb Melonik. Ich finde ja, wenn man sagt, dass es halb leer ist, ist das gar nicht pessimistisch, weil es ist ja nur halb leer. Es gibt nichts Schöneres als wenn wir in Korn ein, halt die Schnauze ins Ohr rein flüstert. Es ist doch eigentlich abgrundtief leer wahrscheinlich. Halt die Schnauze. Oder oh mein Gott, ich bin jetzt schlecht drauf, weil es leer ist. Ja, es ist auch schlimm. Halt die Schnauze. Ich hab' jetzt das gelassen. Karte, du hast ein Meditations-CD? Watt das jetzt? Nein, du hast ein ganzes Meditations-CD, bitte. Sonst als Meditations-CD bitte. Okay. Warte. Brennen wir das, bitte. Es ist nicht Schwader, ihr habt gelogen. Ey, ey, lass, lass. Was knie denn hier noch einfach? Hier passiert komische Dinge, was denn? Ich hab nur nen Krober. Micho hat ihn einfach gekillt. Micho ist gefährlich. Korn will jetzt den Schlüssel von oben runterbringen. Will ich was? Den Schlüssel vom Dach runterbringen. Ich hänge in der Fresse. Den hab ich auch nie. Was ist das denn? Wollen wir Gassi gehen? Wollen wir Gassi? Wollen wir Gassi? Da hinten ist jemand gestülben. Ja, Crushers gestorben. Ich war abgeschossen. Wer ist eigentlich durch hier? Ah. Wie ist jetzt kein großer Schlüssel? Wie kann denn da hinten landen mit der Turdle? Ah ne, das war ne... Ey, wir überall schrotzen liegen. So weit in Distanz. Sag mal Lars, was hast du denn grad hier eben noch für ne Waffe? Mal eine Schrotz hier. Das ist meine erste Waffe, die ich eben... Hier legt ein Menlauncher unten im Keller, also auf dem Wasser. Da liegt ein Typ. Achso, der ist schon confirmed. Jeder muss im Lachen jetzt hier rum. Warte, wer ist jetzt eigentlich durch die Mindhurtle gestorben? Crushers. Nein, ich hab nicht durch die Mindhurtle gestorben. Crushers hat nen Headshot bekommen. Echt jetzt? Ja, keine Ahnung. Oder ist keiner durch die Mindhurtle gestorben? Ich war grad hinter dir, aber egal. Nee, hä? Doch, stimmt. Wie kann das sein? Wer redet denn nicht? Corn? Corn? Ich will nicht nicht leben noch. Corn ist doch Detective. Nein. 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 Not today. Corn, ich hab nen leeren Menlauncher. Hä? Ne. Die können alle noch leben. Wer ist denn gestorben? Ich weiß. Warum wirst du denn so irgendwas faked? Warum wirst du denn so irgendwas faked? Warum wirst du denn so irgendwas faked? Wenn du mein Türke hörst, ob die explodiert hat. Ja, ja, ja. Und diese Waffe, die im Boden steckt. Ja, ja, ja. Und diese Waffe, die im Boden steckt. Die Waffe im Boden steckt. Also ich hab sie gehört, war bei mir irgendwo, keine Ahnung. Alles gut. Bei mir steckt hier ein Waffeboden. Bei mir steckt hier ein Waffeboden. Die sind wieder deine Hacks, wo du wieder durch Wände gehst. Wallhack. Wallhack, genau, Wallhack. Ja. Sockepflege hat nen Wallhack. Ich bin der Wolf of Wallhack. Wow. Ich dachte schon, das wär jetzt irgendwas. Why are you running? Ich such die. Why are you running? Okay. Keine Mindtürtel? Ja. Es ist doch schon eine Explosion. Es gibt auch ne zweite. Ja. Ähm. Von wie wurde das Baby abgefeuert? Das war doch... Ich hab auch kein Baby gehabt. Äh, Eisbär. Eisbär. Nein. Das kann ich vor sein. Nein. Aua. Steig, du. So ist es. Why are you running? was ist mit der Mindtürtel passiert? Was? Er hat die Mindtürtel ausgelöst. Was? Wer hat die Mindtürtel ausgelöst? Wer hat die Mindtürtel ausgelöst? Ich hatte die ganze Zeit keine Waffe und dann habe ich mir einen Mailenlautscher gekauft und den voll daneben geschossen. Ich finde schon wieder keine Waffe, ey. Was ist das denn hier? Raus, raus mein Haus, mein Haus, raus. Er ist der letzte Wagen, raus. Das ist eine öffentliche Einrichtung, das ist eine Bibliothek. Hier darf ich sein, wenn ich hier sein möchte. Alles, wo wie es ist. Ob ich hier bist und nicht. Und nicht. Leute töten. Aber immer, jederzeit. Nein, ich darf mich nicht anschießen. Wie hoffe ich den Shop? Alte vier. Ey Crusher, das ist toll vom Schaden. Ich habe doch ein Papier. Ey, holy shit. Nein. Ich habe doch einen Papier. Äh, vollgelegt. Verraschen. Ja, Michi, spring mal runter. Nee, besser nicht. Ja. Ich heil, bitte. Ich habe doch einen Papier. Ich brauche nicht. Mann, ich komme in mein Büro. Oh Gott, da ist ein Viech drin. Du saß. Why are you on? What? Was passiert hier? Aber da ist ein Headcrap drinnen, Alter. Schau, das Headcrap. Da ist ein Headcrap. Was macht dieser? Wo? Da. Wo? Ja, bei dem Haus drinnen. Da geh ich rein das Headcrap. Ah Vorsicht, da hinten! Ola. Corn hat eine Ballgranate. Corn ist a traitor. Corn hat eine Ballgranate. Corn ist ein. Corn ist es. Corn. Corn ist es. Cornys. Corny ist geile Glück liebeisen. Der Bleistberg. Ich glaub der ist im LKW, oder? Tobi du bist tot, möchte ich nur mal sagen. Da liegen 3 Melon Launcher vorm LKW. Ne, es sind nur 2. War auch übertrieben. Oh, das bist du stecklose, sorry. Alter, darf ich schon... Ja, der ist im Trakt drin. Easy. Ich hab den noch getroffen. Ja, du hast dich nicht getroffen. Ah, schade, schade, schade. So lange bist du wieder schief, scheiße. Nein! Oh, schade. Dann würde ich sagen, danke für dich schon. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal heute rein.